Moin Leute, herzlich willkommen zu einem Infovideo und zum ersten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich so in GTA aufnehmen soll und ja, ich werde dann das aufnehmen, was ihr mir schreibt und zum zweiten, ich grüße Jay Snowball, das war es mit dieser Info, also eine Frage an euch und ja, danach kommt noch ein GTA Online Video, tschüss!